Ja, moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Worms Clan Wars. Wir spielen heute zu zweit, dabei ist der Mark. Hallo. Da die Herr Teacher und der Tim schon mal schon Weihnachten feiern, haben wir uns überlegt, machen wir heute mal alleine zu zweit. Es ist eine Runde mit sechs Würmern. Krische, die haben Urlaube. Na ja, na ja. Ich muss an meinem Geburtstag arbeiten, das ist doch auch gemein, oder? Das ist wirklich gemein, ja. Aber nur an einem halben Tag. Ja. Zwei Tage ist es so weit, dann habe ich... Achso, ich bin dran. Zwei Tage habe ich Geburtstag, am 24. Schon wieder. An Weihnachten, uuuh. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Ach, da ist ja gar keiner. Na, das ist super. Ähm... 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 Versuchen wir es mal. Ähm... Dudelups, dudelup. Ähm... Können... Klappen. Du weißt schon, dass du gegen den Wind wirfst? Hat doch getroffen. Oder? Boah, so ein bissl. Och, zwölf. Zwölf HP ist gut. Just here, wait. Hahaha, ich weiß nicht. Hast kein Baseballschläger. Was? Hast am Anfang hier nicht. Nein! Hahaha. Äh. Den hast du am Anfang nicht. Den hast du am Anfang nicht. Ich denke. Ichiihihihi. Verdammt. Hahaha. Aber das Stiffler. Ähm... Ähm... Dudelup dum dum. Dudelup. Aua, die sitzt. Oh! Ganz knapp. verdammt ja sicher guck mal der Dicke macht nassdicke alter schwinge mal verdammte Axt hier die Dicke hat nassdicke gekriegt ja drück mal bist scharf explodiert das jetzt, nutzt den mehr und die Mine verschoben und tschüss verdammt ey die Dicke hat nassdicke gekriegt und ab ins Wasser ist cold hmmm 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 ohhh hmmm hmmm scheiße, eigentlich wollte ich nicht haben dass der im Wasser bleibt padab tschoo ohhh und dieses komische Rad da hinten nervt aber n bisschen das kann ich ja auch wenn du kannst zaaack neiiiin ist es kalt? ja ohhh ohhh 70 Jackpot hmmm tja wie war das nochmal? loslassen und dann ähm leert hast du ne? ja spring ja verdammt warum ist das blöde Vieh gesprungen? hehehe drecksvieh warum haben deine alle wieder Punkte dazubekommen? schützt nicht ohhh du hast einen smiley in ruhe hat er nix getan shit happens haha ohhh ohhh hmmm mal kicken ne die wollte ich nicht du wollest die Clusterbomber genau alter äh heiho nein das gibts nicht ja immer wieder smile wo ist ein adice um ne hehehe hehehe ouch ähm kicken wir mal zu weit oh oh zu weit oh nein hehehe ich treffe mit dem scheiß Ding immer nur meine das ach ne ich hab deinen auch gefreut ach meine benutzt dieses Ding ab sofort nie wieder ich kann das Teil einfach nicht ich kann das Teil einfach nicht ach ist der blödsinn der ist ja zu ähh ähh machen wir mal schönes ach wisst ihr was ja super ich glaub der geht jetzt baden was wird das? der wird ja mal im Basten ach scheiße der ist ja klein die reagiert gar nicht nein das ist ein mittlerer warum reagiert der nicht? das ist ein kleiner das ist kein mittlerer ernsthaft? jaa verdammt ne oder? ach kotze hehehe alter die Nummer 4 die steht noch oder ne wie heißt denn der? der steht echt da noch mit 4 HP mein Gott schief mal alter ich hoffe in der Flasche ist nix drin was explodieren kann doch ne hehehehehe doch ne wir haben auch noch Giftgasen hehehehehe 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 mein siehst du es dann aber das ist ein kleiner ist das verdammte Axt ey ach tatsache das ist wirklich ein kleiner hm hm ne ach verdammt ach das ist gut uah also sind kurz aus dem Spiel raus oder? Nein! Smiley hat da unten aber voll die Arschkarte gezogen, aber sowas von ne... Ja, was machst du jetzt, ne? Falsch hier! Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Nein! Du warst zu nah! Wo bin ich jetzt Smiley dran, ne? Ja, ist drüber dran! Nice! Ähm... Warte mal... Versuchen wir mal... Hier... Alter, ich kann weg! Ja... Jo... Übertreibs mal nicht, ey! Eieieieiei... Der hat gesessen! Eieieiei... Boah, der da ist auch schon so gut wie im Koma, der da... Er hat noch gar keinen Namen bekommen, der da... Er hat noch nie mit sechsten Rammern gespielt... Und tschüss! Oh! Lol! Ernsthaft, der ist jetzt dran? Ja... Ja... Ja, ich hab den Mörser aktiv... Konntest du auch... Nein! Ich hab den Scheiß Mörser an! Na, ich hab den... Loool! Scheiß Mörser, ey! Ich hasse das Ding, ich benutze das nie wieder, ey! Nie... ...wieder... Mörser! Ja... Hat der Teacher auch noch ne Giftfahne abbekommen... ...verflüttags... ...kommt der Basie... Klar! Ja... Ja, Smiley hat aber lange überlebt! Musste zugeben! Da drin bin ich! Er hat zwei Stück gekillt, obwohl er von drei angebrochen wurde! Erstmal nachmachen, Sebastian! So, Teacher! Loser! Versuchs mal! Na toll! Ich wollte eigentlich beide treffen! Hab ich! Ja! Du hast beide getroffen! Aber zu wenig! Ja! Mah! Geh doch, ey! Ja! Werfen wir noch ne Mini! Doch! Ja! Ja! Nein! Autsch! So, das gibt Wache! Ja! Du weißt schon, dass die... Nein! Ja! Ich hab gehofft, dass... Boah! Hunde! Warte doch! Boom! Versuch was wert! Hatice verreckt doch eh jetzt! Wie viel hatten die noch? 75! 50! Grüne Schlumpf! Hatice ist die letzte! Warte! Alters! Der bloß! Ach du Scheiße! Ja gut! Du hast gewonnen! Weil jetzt da hatici noch einmal vergiftet! Aber wenn sie vergiftet stirbt sie nicht, dann kann sie maximal auf 1 runter. Warum? Krieg doch 5 abgezogen oder? Aber die kann dann vergiftet und dann kann sie maximal auf 1 runter. Achso. Nein. Hä? Ja! Ich hab voll drauf gestanden. Super, toll. Okay, was war das denn? Ey, ich hab's nicht abgebrochen. Ich wollte einen Sinkflug gehen und hab's nicht abgebrochen. Keine Ahnung, was das aber ja war. Okay, hast du eine Leerttaste drückt? Leerttaste? Ja. Ja, du darfst eine Leerttaste drücken, wenn du fliegst. Nein, ich hab's jetzt zum Starten gedrückt, aber nicht zum Sinkflug. Achso. Ich hab einfach das Gas weggenommen kurz und dann wollte ich wieder hoch. Okay. Ah, super. Blödes Ende. Am meisten Schaden. Yeah. Na gut, ich hoffe euch hat das LP gefallen. In unserer One Man Show fast. Na gut. Das nächste LP wird auch noch nur zwischen uns beiden sein, aber... Danach, das werden wir wieder zu viert sein. Ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tisch.